Hier hat der Abfalle reingesaust, ja. Aber der Ding hat ja auch nur schlappe 120 PS, ey. Oh Mensch, oh. Dat funk zeig ich euch, ey. Junge Junge, nicht schlecht. Volle Pfanne, doch. Ja. Mhh, lecker. Evan, was ist denn mit dir? Hm? Ähm, nix, ja. Ich gewinn mir grad rauchen und trinken ab, ey. Sorry, schlägt manchmal noch so durch. So, was hast du denn so für Schlappen drauf auf deiner Kiste? Ah, ess den Fassen. Oh, lecker. Du, der zwingt die gleiche. Danke, lecker. Oh, lecker fette Bratwurst, oder? Gassler wie von Mutter nur. Mahlzeit. Boah, die ist aber auch einen halben Meter lang, oder? Ja, ja, ja. Mhh. Mhh. So. Herbert. Herbert, was ist denn los? Komm hier, wach auf. Hallo. Hä? Hä? Sorry, aber ich gewöhn mir auch noch grad das Fleischessen ab. Ne, du. Mhh. Mhh. Hey, komm, sag bloß, du gewöhnst ja auch den Sex ab, oder? Mhh. Ne. Du, ey, der gewöhnt sich alles ab, was Spaß macht, ja? Ja. Demnächst fängt er auch noch an dem Sitzen zu pinkeln, ey. Mhh. Hahahaha. Woh? Hahahaha. Du glaubst nicht, was los ist. Hey, lass mal ne. Ich höre schon. Ah. Uhhh. Mhh.